Liebe Musikliebhaber, mein Name ist Pavel Kapur. Ich bin diese Woche zu Gast bei der Württembergischen Playharmonie in Reutlingen und ich freue mich sehr, mit diesem vortrefflichen Orchester zusammenzuarbeiten. In dem Programm stehen drei einzigartige Werke. Janaceks Obertüre zur Oper aus einem Totenhaus, Trippelkonzert von Ludwig van Beethoven und ein echtes Meisterstück, Shostakovits Suite aus der Oper Lady Macbeth von Zensk. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik Wir laden Sie sehr herzlich ein zu dem Konzert, welches am nächsten Montag in der Stadthalle stattfinden wird. Wir freuen uns auf Sie.